Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu diesem schnell aufgezeichneten Video. Ich würde Ihnen ganz gern heute drei Smartphone-Apps empfehlen, mit denen Sie arbeiten können, die Sie auch Ihren Studierenden empfehlen können, um zum Beispiel Audiofeedback einzuholen, Videofeedback oder auch sehr gern Scans von beliebigen Dokumenten. In Summe kosten diese Apps ungefähr acht Euro sind sowohl für Android als auch iOS verfügbar und ich würde sehr sehr gern Ihnen die Apps jetzt nacheinander vorstellen und dann auch sehr gern am Smartphone zeigen. Vielleicht ganz kurz dazu, ich zeige Ihnen natürlich nur die rudimentäre Bedienoberfläche, um ein wenig zu vermeiden, dass Sie die ganze Smartphone-Oberfläche meines Smartphones sehen. Sie können mir aber vertrauen, ich empfehle die Apps auch nicht um Prozente von den jeweiligen Entwicklungen zu bekommen, sondern weil ich vom Ergebnis überzeugt bin und insofern lohnt sich vielleicht diese kleine Investition. Gut, ich würde ganz gern beginnen mit dem Audiofeedback, das heißt der Aufnahme von MP3s, die Sie direkt vom Smartphone aus vornehmen können. Sie müssen dafür nicht immer jedes Mal Ihren PC anwerfen. Ich nutze seit Jahren überzeugt den High-Quality-MP3-Rekorder, der in der Google-Variante für insgesamt 3,79 Euro zu haben ist. Und ich würde jetzt ganz gern direkt mal umstellen auf die App und Ihnen dann die Oberfläche zeigen. Moment. So, da habe ich es. Ich stelle jetzt mal ganz kurz die Kamera um und zeige Ihnen den High-Quality-MP3. Sie sehen, Sie können hier aus der ersten Oberfläche sofort alle zentralen Einstellungen ändern. Für Sprachaufnahmen reichen in der Regel 128 Kilobit in der Sekunde. Sie können auch auf 96 runtergehen. Das ist das alte Netzradio, der alte Netzradio-Standard. Reicht vielleicht möglicherweise aus. Sie können den Gain einstellen, also die Lautstärke des Mikrofons. Es kann noch verschiedene andere Einstellungen wie den Speicherort und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert in der Regel so, dass Sie ganz einfach hier auf die Aufnahme drücken und dann nehmen Sie ein MP3-File auf. Sie können die Aufnahme stoppen und dann über jede verfügbare App verteilen, die Sie haben. Wir reden jetzt hier immer über die Matrix, weil wir an der TU Dresden die Matrix verwenden. Aber versenden Sie es dann einfach in die Gruppe. Alles bis 10 Megabyte können Sie dort einstellen. Eine tolle App, um MP3-Feedback, also Audio-Feedback von Studierenden einzuholen. Und die 3,79 Euro aus meiner Sicht mehr als wert. Die nächste App, die ich Ihnen gerne zeigen würde, ist eine Scan-App. Und zwar Tubo-Scan. Die App kostet in der Pro-Variante im Android-Store 3,99 Euro. Auch diese App ist jeden Cent aus meiner Sicht wert. Ich zeige Ihnen auch gleich, wieso. Und Sie können natürlich die kostenlose Variante benutzen, also aus dem Google Play Store. Aber im Google Play Store, äh, nicht im Google Play Store, sondern Sie können die kostenlose Variante auf Android zum Beispiel benutzen, aus Google Drive. Also, dass Sie aus dem, äh, im Drive selbst einfach die eingebaute Scan-Funktion nutzen. Allerdings, ähm, haben Sie da nicht, äh, arbeitet der Scanner nicht so schnell, zum einen. Und zum Zweiten, ähm, nicht so präzise. Und das würde ich Ihnen gleich auch gerne zeigen. Allerdings, sei schon mal vorweg gesagt, sind die Lichtverhältnisse jetzt nicht ideal. Deswegen muss ich ein kleines Objekt nehmen für den Scan. Ähm, und zwar, ähm, habe ich hier schon die Oberfläche aufgerufen von Tubo-Scan und würde jetzt diese Streichhölzschachtel, ähm, kurz einscannen. Ähm, Sie sehen, Sie haben hier unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, um, ähm, die Qualität des Scans, ups, die Qualität des Scans zu verbessern. Ähm, und ich würde jetzt einfach diese Streichhölzschachtel mal aufnehmen. Und Sie sehen jetzt, das ist die Aufnahme, die wir gerade gemacht haben. Und das Nächste, was Ihnen angeboten wird, dass Sie hier sofort das Ganze scannen. Warum der Scanner das jetzt nicht selbst erkannt hat, ist, weil das Format der Streichhölzschachtel zu klein ist. Üblicherweise scannen Sie ja A4-Dateien. Und da funktioniert die Erkennung, ähm, ziemlich gut. Ähm, jetzt hätten wir dieses Format ausgewählt. Ähm, der Scanner entscheidet hier, dass er daraus ein Foto machen möchte. Sie hätten auch die Option, das Ganze schwarz-weiß zu machen, in Farbe oder als Foto zu verschicken. Können dann hier über diese Oberfläche neue Fotos hinzufügen. Und ich würde das Ganze jetzt mal verschicken. Und zwar, Sie können es einfach teilen als PDF und von PDF aus dann in die jeweiligen Gruppen schicken. Das Ganze geht sehr, sehr schnell. Ich lösche das jetzt mal weg, weil wir das nicht mehr brauchen. Und Sie hätten aber dann die Möglichkeit, alle Scans, zum Beispiel zum einen Scannen von Take-Home-Exams, auf diese Art und Weise anzufertigen und schnell zu versenden. Geht wirklich rasend schnell in sehr, sehr hoher Qualität. Das Letzte, was ich Ihnen empfehlen möchte für Video-Feedback, ist tatsächlich YouTube. Also die eingebaute YouTube-App, ähm, die auf Ihrem Android-Smartphone mitkommt, würde das Ganze jetzt schon mal aufrufen. Und zwar, ähm, haben Sie in der YouTube-App die Möglichkeit, ähm, das Ganze, ähm, muss mal kurz meinen Kanal hier aufrufen. So, das Video ganz einfach einzustellen. Das würde ich Ihnen hier auch mal zeigen. Allerdings mit einem kleinen Kniff, der auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar ist. Das heißt, das ist hier mein Kanal. Ich könnte jetzt aus diesem Kanal heraus sofort live streamen. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte ja ein Video hochladen. Und dieses Video, das ich hochlade, äh, nehme ich idealerweise mit meinem, äh, mit meiner Kamera auf. Und Sie sehen hier die Videos, die ich schon vor aufgezeichnet habe. Und ich nehme jetzt ein neues Video auf und nehme dafür einfach dieses, äh, diese Streichhölzschachtel. Das zeige ich mal. So. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Streichhölzschachtel. Und werde nach der Aufnahme automatisch weitergeleitet in den Editing-Screen. Und jetzt werde ich natürlich aufgefordert, sofort nach YouTube zu gehen. Das möchte ich aber gar nicht, sondern ich würde einfach mal zurückgehen. Und Sie sehen, dass Sie das Video hier in Ihren, ähm, Daten schon gespeichert haben. Jetzt können Sie das Ganze jetzt schließen. Dann öffnen Sie die Foto-App, die integrierte, auf Ihrem Smartphone. Und Sie sehen, hier liegt, ähm, das eben aufgezeichnete Video und hier alle Varianten, die ich vorher ausprobiert habe. Ähm, schauen Sie uns das mal an. Das ist eine sehr, sehr schöne Streichhölzschachtel. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Streichhölzschachtel. So. Und von hier aus können Sie sie problemlos in jede x-bliebige App teilen. Ähm, das mache ich jetzt nicht, dann sehen Sie alle meine Kontakte. Gut. Diese drei Apps, also der High-Quality MP3-Rekorder, der High-Quality MP3-Rekorder, die Turbo-Scan-App und YouTube würde ich als die drei essentiellen Smartphone-Apps für die Produktion von Feedback einordnen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Insgesamt etwas unter acht Euro. Nehmen Sie das Geld in die Hand. Das lohnt sich wirklich. Empfehlen Sie das gerne weiter. Und bitte verlassen Sie sich nicht auf irgendwelche Apps, in denen dann Werbung eingeblendet wird. Oder ab Seite drei das Datenvolumen bei irgendeinem x-beliebigen Cloud-Dienst aufgebraucht ist. So nun gehen Sie und mit Ihnen, Ihre Studierenden auf Nummer sicher, investieren Sie ein bisschen Geld in vernünftige Software. Das lohnt sich im Übrigen immer. Und wenn Sie die Tipps nützlich finden, wenn Ihnen diese helfen, würde mich das sehr freuen. Und für heute soll es das erste Mal gewesen sein. Und ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Vielen Dank. Vielen Dank.